Was liest du da? Das ist nur ein Brief. Was schreibt dein Vater in dem Brief eigentlich? Ach, von einem Mädchen, das er getroffen hat. Er wollte es wiedersehen. Er hat es Orangenmädchen genannt. Orangenmädchen? Wer bist du eigentlich? Ich bin ein Eichhörnchen. Man muss im Leben auch mal warten können. Okay? Hey, du musst ein halbes Jahr warten. We don't go out, we don't go out like that, time traveling, it should be happening, you know what we're about, that's not how we go out, time traveling, it should be happening, you know what we're about. That's not how we go out, time traveling, it should be happening, you know what we're about. We don't go out like that, time traveling, it should be happening, you know what we're about. Na los, Mann bist du schwerer. Und Abflug! Mama? Weißt du, weißt du, wie der Stern heisst? Nein. Venus.